Gib mir den Schwanz. Gib mir den Schwanz. Hallo! Ähm, Moment. Jede Sekunde. Ich bin fast an dem guten Brustbrot versteckt. Ja, sonst geht's mir gut. Ne, es klingt doch super. Na dann. Ja, ähm. Fast 80 Zuschauer bei Fast Du Musik. Und absolut nichts tun. Das ist schon mal schön. Das 80 Zuschauer bei Fast Absolut Nichtstun. Das ist schon mal... Was? Wie hab ich's geschafft hier zu stehen? Ich hab voll geschielt. Ich hab das nicht mal gesehen, das Ding hier. Dafür will ich jetzt mal kurz nen Applaus. Hier, ich applaudier mir selbst, weil ich, ähm, genial bin. Mh, super hab ich das gemacht. Mh, ich klopf auf meine Schulter. Mh, ah, mh. Na gut, aber es ist, ähm, ja. Miep. Apropos Spaghetti-Eis. Donut-Time! Miep. 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 So ne Art halt. Miep. Waaah! Oh, das war knapp. Miep. 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 So, hier oben gibt's die zwei Pilze. Eier. Miep. Miep. Wir brauchen mehr Eier, was? Mehr Eier in der Welt. Miep. 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 Okay, du sitzt zwar noch ziemlich, hart, aber warte. Ich brauch' da eigentlich meine Stifter rausweinen. Miep. Zwischen meinen Beinen willst du deinen Stifter rausholen. Wie ist mir dein Stift rap했던? Miep. 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 Eigentlich, logischerweise müsste ja dann eigentlich auch das Feuer nach oben brennen und nicht so nach unten, wenn es ein Feuer wär. Feuer. Miep. Miep. Mhm. Ich krieg gleich einen Orgasmus, bitte lass das. Das ist schön. Ne, mach weiter. Also ich will ja nicht sagen, dass manche Leute dumm sind. Aber manche Leute sind schon irgendwie dumm. Ich hätte einen Ultrasauger cool gefunden. Sorry, ich mach das nie wieder. Ihr habt doch einfach nur Bock, mich sterben zu gehen wegen Ratata. Tatatata? Ja, es gibt ja jetzt bei, wenn jemand mindestens fünf Subs spielt. Kommt genau das. Ich bin wieder da. Mir wäre gerade beim Essen machen fast meine Bürste ins Klo gefallen. Beim Essen machen wäre dir fast deine Bürste ins Klo gefallen. Listen and repeat. Beim Essen machen wäre mir fast meine Bürste ins Klo gefallen. Wie groß ist eigentlich dein Penis, Ginger? Der ist doch riesig. Alter, WTF. Alter, ich habe gerade so richtiges Kopfkino, dass ich so die Hose aufmache und genau... Was ist denn so alt? Miep. Miep. Loki, Loki. Jetzt gibt's Feuer für meinen Schnucki. Oh! Miep. Stirb! Miep. 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 Untertitelung des ZDF, 2020